Es war natürlich schon eine extrem aufwendige Saison, auch eine nervenaufreibende Saison. Es war eine sehr schwere Saison mit vielen Problemen für die Mannschaft, für den ganzen Verein, für uns alle. Insofern sind wir natürlich unendlich dankbar, dass es dann geklappt hat, dass wir die Klasse gehalten haben. Eine solche Saison mit Insolvenzverfahren, finanzieller Unsicherheit und Abstiegsgefahr hat Ronny Maul in seiner Spieler- und Managerlaufbahn noch nicht erlebt. Und lobt angesichts dieser widrigen Bedingungen die Leistung der Mannschaft. Aus der Situation und aus dieser Saison das rauszuholen mit einer Qualifikation für den DFB-Pokal und mit dem Klassenerhalt in der dritten Liga, das ist sensationell. Die Mannschaft hat tolle Moral bewiesen und hätte sie das nicht gemacht, hätten wir die Ziele auch nie im Leben erreicht. Wie geht es nun weiter und reicht es finanziell für eine Drittliga-Saison? Findet man in den nächsten zwei Wochen keine finanzielle Unterstützung durch Sponsoren? Dann droht sogar der Zwangsabstieg in die Regionalliga. Das war sicherlich auch das, was wir der Mannschaft auch nochmal klar gemacht haben. Wir können nur den Teil erfüllen, dass wir sportlich die Liga halten. Dann ist die Wirtschaft gefragt, die Sponsoren sich bei Rot-Weiß-Aalen zu engagieren und auch klar Farbe zu bekennen, dass man möchte, dass im nächsten Jahr hier Drittliga-Fußball gespielt wird. Und jetzt ist es natürlich im Moment so, dass wir da sicherlich in der Phase sind, zu sehen, was kriegen wir an Sponsorengeldern zusammen, reicht es für die dritte Liga, das wäre toll und dann können wir auch sofort loslegen, aber bevor dieses Okay nicht gegeben ist, können wir auch noch nicht wirklich planen. Den kompletten Kader zusammenzuhalten dürfte schwer werden. Stürmer Matthew Taylor hat sich bereits Richtung Paderborn verabschiedet. Einige weitere Akteure sind bei anderen Vereinen im Gespräch. Also wir werden uns schon auch dann im Rahmen unserer dann wirtschaftlichen Möglichkeiten anpassen müssen und werden das Gehaltsgefüge danach auch ausrichten. Auf der Trainerposition hat man noch keinen Nachfolger für Ari van Lent gefunden. Co-Trainer Dani Thun wird zumindest als Kandidat gehandelt. Natürlich klar, dass Dani Thun hier im Verein, um den Verein ein sehr hohes Ansehen genießt und dass er mit Sicherheit für den Fall einer Regionalliga dann sicherlich ein Thema wäre. Er hat den Fußballlehrer nicht, deswegen für die dritte Liga wäre es dann sicherlich kein Thema. Aber für die Fälle dritte Liga, Regionalliga, also da haben wir uns schon so ein bisschen vorbereitet und wüssten schon, wer da alles in Frage kommt. Aber da ist er sicherlich auch mit dabei. Trotz der vielen Probleme, auch der Manager selbst kann sich eine Zukunft in Aalen vorstellen. Ich glaube, wenn es hier für Rot-Weiß-Aalen weitergeht und vernünftig weitergeht, dann stehe ich auch gerne bereit und würde gerne weitermachen. Aber Stand heute habe ich jetzt auch Vertrag bis zum 30.06. und was darüber hinaus passiert, werden wir sehen. Aber ich würde schon gerne weiterarbeiten, ja.